Ich denke, das Entscheidende ist der Blick. Hallo, äh, stehst du gerade so allein? Und dann hab ich mir gedacht, also, kennen wir sich irgendwoher? Ob du was trinken willst. Also ich mein, du mal angenommen, ja. Entschuldige, aber ich mein, du hundest doch eh, denkst du. Weißt du, das muss ich dir so vorstellen. Das ist wie mit Frauen. Eigentlich lecker, also oberlecker, aber immer mal wieder ist eine dabei, die schmeckt so scheiße, dass du nie wieder eine fällst. Wie eine Pistazie oder eine Frau? Beides. Das ist symbolisch gemeint, du Flöte. Na, Männer. Keiner interessiert sich für eure Verlierer-Scheiße. Keiner. Und dass euer Leben ein einziger Haufen Scheiße ist, hat mit uns nichts zu tun. Nichts. Verdammte Scheiße. Da ist Sheik. Was wollt ihr, drei Spinner? Ja. 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 Und dann. Ja. Und dann. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020